Musik 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 Hey, wie schön, dass Du wieder hier am Start bist, bei den Mindful Sessions, bei Deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soulpower. Ich bin Sarah Desai und ich freue mich sehr darauf, die nächsten Minuten hier gemeinsam mit Dir verbringen zu dürfen und darüber zu sprechen, warum nicht immer alles perfekt sein kann, warum wir nicht perfekt sein können, warum unser Leben nicht perfekt sein kann und warum all das auch überhaupt nicht perfekt sein muss, sondern in dem Unperfekten die wahre Schönheit liegt. Das wusste unter anderem auch schon der chinesische Philosoph und Weisheitslehrer Lao Tzu. Lao Tzu bat seine Schüler, zu den Holzfällern zu gehen und sie zu fragen, warum sie den ganzen Wald abgeholzt hatten, aber einen einzigen Baum haben stehen lassen. Die Schüler gingen also zu den Holzfällern und fragten sie, warum sie diesen einen Baum nicht abgeholzt hätten. Die Holzfäller erwiderten, dass dieser Baum völlig nutzlos sei. Er hätte so viele Knorpel und Astgabeln, dass man aus seinem Holz keine vernünftigen Bretter machen könne. Und auch für Feuerholz sei er nicht geeignet, denn er hätte nicht diesen süßlieblichen Geruch, sondern eher einen ganz eigenen Geruch. Und wenn man das Holz verbrennen würde, dieses Baumes, dann würde dabei so ein unangenehmer Qualm entstehen, der in der Nase brennt und in den Augen brennt. Und ja, das sei der Grund, warum eben der Baum nicht abgeholzt worden wäre. Die Schüler kamen zurück zu Lao Tzu und berichteten ihm. Und Lao Tzu, der lachte und sagte, seid wie dieser Baum. Warum leite ich die Folge mit dieser Erzählung ein? Ganz einfach, weil sie so schön widerspiegelt, dass es eben überhaupt nicht erstrebenswert ist, perfekt zu sein. Aber genau daran müssen wir uns selbst immer wieder erinnern. Denn unser Außen, in unserem Fall die Medien, Social Media, die Schnelllebigkeit unserer Zeit, All das spiegelt uns immer wieder genau das Gegenteil. Uns wird kommuniziert, dass wenn wir nicht vollkommen sind, wenn wir nicht vollkommen erfüllt sind, wenn unsere Partnerschaften nicht vollkommen und immer Funken sprühen und ohne Konflikte sind oder wenn unsere Ernährung nicht vollkommen ausgewogen und gesund ist oder wenn unser Beruf uns nicht immer total glücklich macht und zwar jeden Tag, dann seien wir gescheitert. Das wird uns kommuniziert. Und natürlich auch, dass wenn wir nicht vollkommen sind, vollkommen fehlerfrei, dann würde sowieso etwas mit uns nicht stimmen. Boah, das ist ganz schön anstrengend, oder? Und natürlich auch total lebensfern. Denn das Leben ist nicht so. Das Leben ist nicht glatt. Und wenn wir uns versuchen, in eine Form des Glattseins zu pressen, die überhaupt nicht im Leben entspricht, dann leben wir nicht wirklich. Dann zweifeln wir ständig. Dann kämpfen wir ständig. Dann meinen wir die ganze Zeit, wir reichen nicht. Und das, was wir machen oder tun oder haben und das, was uns umgibt, das würde auch nicht reichen. Und wir sind dann nicht wahrlich lebendig, sondern wir geben immer wieder auf. Nehmen wir mal das Beispiel Partnerschaft. Wenn wir bei jedem Konflikt, bei jedem Streit denken, hey, ich gebe jetzt hier auf, das Gras, das ist woanders grüner, dann werden wir nie eine Partnerschaft von Dauer führen. Dann werden wir eigentlich nie eine wirkliche Partnerschaft führen. Denn wie lange ist das Gras woanders grüner? Nur so lange, wie eine Person nicht nah an uns dran ist. Nur so lange, wie eine Person für uns eine weiße Leinwand auf einer Staffelei ist, auf die wir unsere Wünsche projizieren können. Aber sobald wir wirklich tiefer gehen und Zeit mit einem Menschen verbringen, umso mehr lernen wir dann die Person kennen und sie lernt uns kennen. Und umso mehr zeigen wir einander unsere Farben, unsere Komplexität, unsere Persönlichkeit. Und genau auf diesem Zeitpunkt sind wir keine weiße Leinwand mehr, sondern Menschen mit Bedürfnissen, mit Mustern, mit Wahrnehmungen, mit Vergangenheit, mit Triggern. Wir sind dann keine weiße Leinwand mehr. Und genau das ist der Zeitpunkt, an dem wir einander sichtbar machen, uns sichtbar machen. Und das ist auch dann der Zeitpunkt, an dem wir die andere Person wirklich kennenlernen. Und das ist dann wiederum der Zeitpunkt, an dem wir sprechen müssen und an dem es vielleicht auch mal Konflikte gibt, was überhaupt nichts Schlimmes ist, sondern lediglich aufzeigt, hey, wir lernen uns gerade besser kennen. Und jetzt, wo wir uns besser kennenlernen, merken wir, hey, wir sind eben nicht komplett deckungsgleich, sind nämlich keine Menschen, ja. Und manchmal unterscheiden uns unsere Bedürfnisse oder manchmal können wir gar nicht ahnen, dass unser Verhalten bei den anderen Erinnerungen zum Beispiel an einen alten Schmerz hervorrufen. Und in dem Moment, wo wir uns sichtbar machen und anfangen zu sprechen und anfangen einander, unsere Farben zu zeigen, bedarf es eben auch ein Zuhören, ein Aufeinanderzugehen, ein Verstehen, Wollen. Aber ganz ehrlich, willst du dir immer nur eine weiße Leinwand anschauen, also einen Menschen nie wirklich kennenlernen? Oder willst du dir ein Bild anschauen, so wie es im Museum hängt, das in allen Farben gemalt ist und pulsiert und lebt? Und dieses Prinzip lässt sich auf alle Lebensbereiche anwenden. Immer im Leben, wenn wir wahrlich lebendig sind, wenn wir uns mit etwas beschäftigen, eintauchen, nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern wirklich eintauchen ins Leben, gibt es auch mal Risse. Läuft nicht immer alles glatt wie eben an der glattpolierten Oberfläche. Es ist ganz egal, ob das im Job ist, ob das in der Auseinandersetzung mit uns selbst ist, also im Bereich Persönlichkeitsentfaltung, ob das in jeglicher Art von Beziehungen ist, ob das in der Auseinandersetzung mit Kunst, Musik ist. Immer wenn wir Dingen, Menschen, Tätigkeiten unterhalb der glänzenden Oberfläche begegnen, bewegen wir was. Letztendlich werden auch wir nur bewegt, wird in uns was bewegt, wenn wir tiefer eintauchen. Und wenn wir tiefer eintauchen, ist eben nicht immer alles easy peasy, super schön, sondern da gibt es dann auch eine Form von Auseinandersetzung. Aber das kann im positivsten Sinne sein. Und in diesen Momenten ist es eben wichtig zu erkennen, dass wir das nicht hinschmeißen müssen, weil angeblich alles perfekt sein muss. Das ist Quatsch. Sondern in diesen Momenten eben nicht zu sagen Ciao, sondern zu sagen, hey, ich tue mir selbst den Gefallen und bleib hier. Hier gibt es vielleicht einen Bruch oder hier gibt es vielleicht eine Lücke. Und die zeigt mir auf, wo ich noch wachsen darf oder wo ich noch tiefer eintauchen darf. Und ich tue mir den Gefallen, ich nehme mir das nicht, weil ich das eben verdiene, weil das viel wertvoller ist als perfekt. Vielleicht kennst du ja das japanische Prinzip Kintsugi. In Japan sind formvollendete Tee-Zeremonien etwas sehr, sehr, sehr Ästhetisches, etwas, was zur Kultur gehört. Und auch die Teeschalen sind eben was ganz, ganz, ganz Besonderes. Die sind ein Kunsthandwerk. Und das Prinzip von Kintsugi besagt, dass eben die Keramik, die Teeschalen, die zerbrochen sind, nicht wertlos sind und weggeworfen werden und schnell durch neue ersetzt werden, die ja, die makellos aussehen, sondern dass die zerbrochenen Teeschalen mit flüssigem Gold wieder zusammengekittet werden und so an Wert gewinnen. Und man nimmt eben das Gold, nicht nur, weil es wertvoll ist, sondern um auch sichtbar zu machen, hey, die war zerbrochen oder hier gab es einen Riss. Und jetzt, ja, ist die eben wieder zusammengekittet worden, um das wirklich sichtbar zu machen. Die Philosophie von Kintsugi sagt, nicht das Makellose ist schön, sondern das Abweichende ist schön. Und, ja, durch die Verwendung des flüssigen Goldes, durch das Zusammenkitten, wird eine völlig neue Schönheit und Wertschätzung des Ursprünglichen geschaffen. Bedeutet, dass die zerbrochene Teeschale eben nicht weggeschmissen wird und ersetzt wird, sondern im Gegenteil, dass sie einen neuen Wert bekommt. Und sie wird zu einem Unikat, wird ganz besonders wertvoll. Und ich lade Dich ein, Dir zu überlegen, wo in Deinem Leben kannst Du heute einen Sprung kitten mit Gold? Vielleicht kannst Du zum Beispiel einen Konflikt beiseite legen, indem Du zum Telefonhörer greifst. Vielleicht kannst Du einen blinden Fleck sichtbar machen, indem Du Deinem Gegenüber, ganz egal, ob Partner, Partnerin, Freundin, Freund, Kollegin, Kollegen, sagst, hey, da hat mich etwas verletzt, was Du gesagt hast. und indem Du der Person eben auch mitteilst, warum Dich das verletzt hat. Also indem Du bei Dir bleibst und Dich sichtbar machst, etwas von Dir preisgibst. Vielleicht kannst Du aber auch durch Dein Zuhören etwas vertiefen, indem Du einem Menschen, mit dem es gerade schwierig ist, mit dem es eine Auseinandersetzung gibt oder einen Konflikt gibt oder wo Du spürst, hey, da ist gerade keine Nähe. Vielleicht kannst Du durch Dein Zuhören der anderen Person erlauben, ihre Farben sichtbar zu machen und so Eure Beziehung vertiefen und wertvoller machen, weil Ihr Euch eben auf einer tieferen Ebene begegnet, die nur möglich ist, weil es eben auch vorher schwierig war, weil es eben diese Lücke gab, die jetzt sichtbar gemacht wurde. Die Lücke gab es ja vorher schon, aber Ihr habt die sichtbar gemacht und dann aber mit Gold gefüllt und dann wird die Beziehung wertvoller, vertieft eben. Vielleicht kannst Du aber auch in Deinem Job heute was ändern. Vielleicht gab es da in letzter Zeit eine Aufgabe, wo Du sagst, hey, die hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht und die hat mir sogar richtig zu schaffen gemacht und überleg Dir doch, was kannst Du daraus mitnehmen? Vielleicht ist ja jetzt der richtige Moment, Dir zu überlegen, wie Du Dein Jobprofil schärfen kannst. Also nicht direkt Deinen Job über Bord werfen, sondern Dir zu überlegen, was genau macht Dir denn Freude an Deinem Job und was eben nicht? Und vielleicht kannst Du dann mit Deiner Vorgesetzten sprechen und ihr oder ihm Vorschläge unterbreiten, wie Du eben Deine Stärken und Deine Begeisterung noch besser einsetzen kannst und davon überzeugen, dass eben das auch für die Firma ein Benefit ist, wenn Du das zum Einsatz bringst, was Du wirklich gut kannst und mit Begeisterung tust. Wo in Deinem Leben kannst Du Dein persönliches Kintsugi anwenden und ja, Dein Leben wertvoller machen? Vielen Dank, dass Du heute wieder zugehört hast. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Du mir auf Apple Podcasts eine Bewertung, einen Kommentar hinterlässt, da würdest Du mir einen riesengroßen Gefallen mit tun und ich sage einfach mal, einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer Du gerade bist. Schönen Tag im Norden